Was geht ab Leute, 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 Games, und willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Der nächste Plan, let's go. Wie in allen neuen Welten konntest du Heimdall umbringen? Ich wusste, dass unser Speer funktioniert. Tja, frohes Ragnarök allerseits. Trinken wir. Ist das wahr? Heimdall ist tot? Ich kann's nicht glauben. Jetzt hält es nichts mehr auf. Odin war nur zufriedenbereit, solange nicht mehr Asenblut fließt. Ich habe abgelehnt. Doch er hielt sich daran. Aber jetzt? Jetzt was? Wir wissen beide am besten, dass Odins Versprechen nie von Dauersitz... Außerdem war das eine Provokation von Odin mit Heimdall. Und jetzt sind wir im Vorteil. Wir müssen jetzt zuschlagen. Nein. Keiner von euch begreift die Folgen. Odins Rache wird seine einzige Sorge sein. Nicht seine einzige. Die Moske. Welches Wissen sie auch birgt. Das ist Odins allergrößtes Bestreben. Wenn ich zurück nach Asgard gehe, kann ich... Zurück. Zurück? Wirklich? Ja. Wenn ich beende, was ich begonnen habe, die Maske erwecke, Antworten finde, ist das vielleicht unser Ausweg. Aber ich muss bald gehen. Bevor sie merken, was geschehen ist. Atreus. Du bist bei mir. Setz dich nicht wieder Gefahren aus. Er ist ihnen überall ausgesetzt, Kratos. Wir alle. Alles, was wir tun oder lassen, ist gerade gefährlich. Aber Odin braucht mich. Er vertraut mir. Ich bin dort sicher. Aus... taktischer Perspektive... ...leg ich falsch? Es gefällt mir gar nicht. Aber das wäre der beste Zug. Wenn wir Odin ablenken, verschafft uns das Zeit. Und ein paar Augen im inneren Heiligtum unseres Feindes. Aber... ...falls es wirklich eine Quelle an unendlichem Wissen gibt... ...dann darf Odin sie nicht kriegen. Ja. Und sobald er hat, was er von dir braucht... ...hab ich kein Druckmittel. Ich verstehe es. Ich passe auf. Vater... ...ich kann es schaffen. Was ist, wenn er sich rächen will wegen Heimdall? Denk an das Versprechen. Du auch. Hm. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch, Shin. Ich will immer noch wissen, wie du es geschafft hast. Du meinst, wie wir es geschafft haben. Ja, richtig gehört. Darin steckt eine Geschichte. Tja. Auf zu Odin, würde ich sagen. Die Maske freischalten. Atreus, hör mal. Ich lasse dich nicht zurückgehen ohne das hier. Ein Hammer? Dann Schlüssel, bitte. Wenn du je einer üblen Situation entkommen musst, wirf das zu Boden und sag... Querkey. Klappt nur einmal. Querkey. Danke, Sendri. Querkey. Hoffe ich brauche es nicht. Ich auch. Ja. Hoffen wir es. Also gleichzeitig der Schlüssel, das explodiert bestimmt. Dann kommt er nicht zurück. Kugin würde in der Hütte warten. Wie mir. Sollte ich sonst noch was über Odin wissen? Hat er vielleicht eine Schwachstelle? Wenn ich seine Augenklappe abziehe, löst er sich da ein? Ja, klar. Sicher, Junge. Wäre das nicht. Ähm, nein. Verzeihung. Das kann ich nicht. Ich muss das allein schaffen. Auf geht's. Auf in die Hütte. Oh, ist durch fünf Stockwerke geknallt. Ja, Wahnsinn. Ist das dein Wolf? Ja, sie? Hör auf damit. Oh, komme ich ungelegen. Ist da irgendwie danach aus. Ich kann gerne wieder... Schon gut. Das ist Fenrier. Schon gut, Fen. Sie ist eine... Ich hatte recht mit dem Messer. Du hast einen Platz für seine Seele gefunden. Hab ich. Hey, äh, wie hast du mich gefunden? Loki? Das ist meine Murmel. Und wo willst du jetzt hin? Wieder nach Asgard? Hey, ich benutze ihn. Aha. Ongreboda, nein. Wenn ich das gemacht habe, dann werde ich alles wissen, wie ich Vater rette, Ragnarek stoppe und vielleicht, hoffentlich, unser Volk zurückbringe. Loki, das sind alles wirklich edle Absichten. Doch es ist Odin. Du glaubst an mich, oder? Ich hoffe nur, die Geschichte, die du schreibst, ist wirklich die, die du willst. Kannst du in der Zwischenzeit noch Fen sehen? Ich pass gut auf ihn auf. Keine Sorge. Pass auf dich auf, Loki. Okay. Meine Damen. Meine Damen. Ich muss nur Odin helfen, die Maske zu vervollständigen, ohne dass er dadurch Antworten kriegt. Kinderspiel. Er ist wahrscheinlich im Arbeitszimmer. Ja. Ich schwöre, er hat nichts damit zu tun. Wenn das wahr ist, warum ist er denn nicht hier? Nur weil jemand nicht da ist, um sich zu verteidigen, ist er nicht gleich schuldig. Das ist doch ungerecht. Hallo, ähm, entschuldigt die Störung. Du störst hier überhaupt nicht. Possetti geht der Sache nach. Wir werden die Wahrheit bald wissen. Das hoffe ich. Besser du gehst. Okay. Gut. Panik bringt nichts. Nutze sie. Heimdard ist tot. Du weißt nicht zufällig etwas darüber? Irgendwas? Ja, ich meine, alle hassten ihn. Ja, ja. Aber hast du etwas gesehen? Etwas Auffälliges? Ich meine, du weißt, er hat Fluth hart geschlagen, als wir weg waren. Vielleicht fand das jemand raus. Hat sich gerecht. Ich weiß es nicht. Willst du andeuten, dass mein Sohn etwas damit zu tun hat? Ich weiß nichts. Ehrlich. Ich dachte nie, dass du etwas damit zu tun hast. Gut, dass du da bist. Ich sag es, es ist ihm total egal. Hab ich mir schon gedacht. Hab ich mir fast schon gedacht. Also, ich weiß jetzt, was falsch lief. Ich hatte falsch übersetzt. Ach wirklich? Ich dachte jenseits des Schreis des kalten Atems. Aber es heißt, des Schreis des ersten Atems. Na, das ist ja ganz woanders. Ich weiß, wo das ist. Junger Mann, du hast es geschafft. Los! Nimm die Maske, nimm das Schwert, nimm den Vogel. Finde Tor. Ihr geht nach Nivellheim. Sie kann es aber vielleicht wissen. Vielleicht sollte ich noch kurz in mein Zimmer. Wer weiß, wann ich meine Ausrüstung wieder reparieren kann. Ach, schlägt. Thrud, tut mir leid. Ein Vater sagte, ich soll mit deinem Vater nach Nivellheim gehen. Ich habe ihn hier nirgendwo gesehen. Vielleicht weißt du ja, wo er sein könnte. War er nicht bei Großvater? Nein. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Komm mit. Ich, äh, wollte auch mit dir über Heimdall reden. Nein. Nicht hier. Du hast recht. Später. Und hattest du denn vor, die Gärmsenhalter zu stehen? Boah, jetzt die Wand. Jo, hatte ich schon ganz vergessen. Die sind hochgeklettert. Ja, hier sind das einfach Bewohner. Gehen wir raus. Wir sind das Gegner. Wir lassen sie hier. Tu es einfach. Komm. Hier lang. Oh. Na los. Sie werden dich sonst nicht reinlassen. Genau so einen habe ich gekillt. Ey, mit dem Hammer. Mit seinem eigenen. Ich habe schon gesehen. Fika-Typ. Ganz da hinten. Ich habe schon gesehen. I don't have to go with it there. Prost, man. Frut, ich. Schon gut. Hey, Thor Scheint wohl ein schlechter Moment zu sein, also Wenn du Zeit für dich brauchst, verstehe ich das Keine eine, aber Genau, wo ich dich vermutet habe Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein Du hättest ihn hier herbringen sollen Was machst du da? Entspann Habe ich keine Eile gesagt? Ich meinte, dass wir los müssen Ja? Wir wollen nicht, dass der Eilvater... Ruhe! Er hat recht Du solltest los Vater Tu das nicht Es ist bereits getan Jeder soll wissen Der Gott des Donners ist meist ein zwei Dingen Riesentöten Und mitpissen Und jedem, der widerspricht Zeige ich mir hier Gesicht zuerst Das ist... Das bist nicht du Thor Hugin, warte draußen Bitte, lass uns... Ich sagte Ruhe, Junge Mein Name ist... Mein Name ist... Was? Nein, ich... Komm schon, nein, nein, nein Ich höre, das war keine... Das geht nicht! Oh, ich das vermisst habe... Das wird ihn oft heute Ha, 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 ha Let's gooo Ich hole die Waffen! Oh, ich hole die Waffen! Oh, ich hole die Waffen! Du könntest auch helfen, meinst du nicht? Holy shit, hat wie tötet. Das ist ne angenehme Barschlägerei. Das ist neugierig. Geil, alter. 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 Genauso eine haben wir fertig gemacht. Matsche. Geil, alter. Geil, alter. Geil, alter. Oh, yeah. Geil, alter. 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 Steh auf. Thruti. Du gehst jetzt nach Nivelheim mit Loki. Befehl vom Allvater. Steh schon auf. Ich weiß, du bist enttäuscht. Enttäuscht? Nein, 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 nein. Das war ein glorreicher Kampf. Du kannst dich nicht mal mehr entschuldigen, oder? Was bedeutet schon ein Versprechen? Großvater hat sich wie Dreck behandelt. Dir ging es mies. Das verstehe ich. Aber du kannst nicht... Wir sind für dich da. Mutter und ich... ...sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Wir lieben dich. Das weißt du. Du. Ich dachte echt, wir hätten das überstanden. Ich habe Mist gebaut. Ja. Sehr großen Mist. Hä? Soll ich dir etwas Wasser bringen? Mir geht's gut. Ich bin, was ich hatte. Wir gehen uns. Ich bin, was ich zuerst. Geh, wir gehen uns zurück nach Asgard. Geh, wir gehen uns einfach zu diesem Masken-teil. Ja. Ach, das ist gut.